ja liebe freunde was läuft ab dem mauerhaus am sonntag um halb zwei man hört es schon das ruse ich habe heute morgen gedacht ja es könnte dann losgehen und jetzt habe ich gleichwohl nicht erwischt wollte dann schauen dabei sein und sie hat alleine gekalbt wunderbar der bauerhaus ist glücklich und kaum geboren steht es schon und probiert schon sucht schon es weiss da gibt es irgendwo was zu trinken